Nach 16 Jahren endete letztes Wochenende offiziell die Beziehung von Renzo Blumenthal. Es ist anzunehmen, dass die Spiritualität seiner ehemaligen Partnerin dabei eine geringfügige Rolle gespielt hat. Musste es so kommen, wie es am Ende kam? Während der eine alle Liebe und Mühe in seinen Bio-Bauernhof steckte, fand die andere Erfüllung in Höherem. Die Rede ist von Ex-Mr. Schweiz, 2005, Renzo Blumenthal, 47, und seine Ex-Frau Ladina, 41. Nach 16 Jahren, vier Kindern und vielen gemeinsamen Projekten besteht diese Ehe nur noch auf dem Papier. Letztes Wochenende gaben beide dann das Ehe aus bekannt. Im Blick sagten sie, hiermit möchten wir, Ladina und Renzo Blumenthal, bekannt geben, dass wir uns seit einiger Zeit getrennt haben. Allerdings wolle man freundschaftlich und familiär verbunden bleiben. Dies wegen der Kinder, die die beiden gemeinsam haben. Was genau zum Ehe ausführte? Wissen nur Renzo Blumenthal und seine Ladina. Sicher ist aber, die 41-Jährige fand immer mehr Leidenschaft für die höheren Dinge im Leben. Ihre Social-Media-Seiten sind voll von spirituellen Sprüchen, Auszeichnungen und so weiter. Gerade erst erlangte die Ex von Renzo Blumenthal das Zertifikat zur Ausbildung als Oneness-Worse-Creation-Coach. Als was? Auf der Seite der Akademie ist dies zu lesen. Die fünfte Dimension ist das neue Paradigma, in dem wir alle Gegensätze zusammenbringen und verschmelzen. Hinter dem Programm steckt die spirituelle Influencerin Patricia St. Clair. Sie wurde 1962 als Patricia Dampier geboren und gibt an, mit der Göttin Isis in Verbindung zu stehen. Auf ihrer Webseite bezeichnet sie sich als Gründerin der ersten deutschen Online-Bewusstseinsschule. Ihre Kundinnen und Kunden lockt sie mit Liebe, finanzielle Fülle und Gesundheit an. Nicht ganz ohne, findet Dr. Georg Otto Schmidt von der Evangelischen Arbeitsstelle Kirchen, Sekten, Religionen. Schmidt ist Sekten-Experte. Im Gespräch mit Now, CH meint er dies. St. Clair hat in der Vergangenheit ihre Kundschaft dazu aufgefordert, Beziehungen nur dann aufrecht zu erhalten, wenn folgende Frage bejaht werden kann. Fühlst du dich in deiner Partnerschaft rundherum wohl und zufrieden? Schmidt weiter, da kann nicht erstaunen, wenn davon berichtet wird, dass Menschen, die sich von St. Clair beraten oder ausbilden ließen, ihre Partnerschaft aufgegeben haben. Und weiter, in diesem Fall kann St. Quails Schule in die Funktion einer Art Glaubensgemeinschaft treten und die persönliche Bindung zu St. Clair sehr hoch werden. Mit einer Sekte will der Experte die spirituelle Gruppe nicht gleichsetzen. Meint wohl aber, an solche Vorstellungen können sich die Verschwörungstheorien anschließen, die heute im Bereich der Esoterik weit verbreitet sind. Patricia St. Clair lässt die Behauptungen unkommentiert. Gegenüber Now, CH stellt Ladinas spirituelle Coachin klar, sie will nichts zum Ehe aus der Blumenthalts sagen. Auch Ladina Blumenthal und ihr Ex-Renzo Blumenthal haben sich bislang nicht geäußert.